Seit ihrer Verlobung im Oktober 2022 ranken sich vielerlei Gerüchte um die Ehepläne des DSDS-Gewinners von 2011 und seiner Influenza-Freundin aus Düsseldorf. Nicht wenige Fans behaupten, die beiden seien bereits längst Mann und Frau. Zumindest betiteln sie sich schon seit geraumer Zeit als solche, doch handelt es sich dabei nur um eine subtile Modeerscheinung, um den eigenen Beziehungsstatus zu manifestieren. Offiziell verheiratet ist das Promi-Paar noch nicht. Ein Konzert bei einem Tankstellenjubiläum führte den Sänger nun zurück in seine Heimatstadt Karlsruhe. Dabei traf er nicht nur Fans und viele alte Freunde, sondern stattete auch seinem Lieblingsort einen Besuch ab, dem Karlsruhe Schloss. In seiner Instagram-Story ließ er seine rund zwei Millionen Fans an dem Ausflug teilhaben und hatte überdies noch eine spannende Neuigkeit im Gepäck. Hier werde ich heiraten, ganz klar, offenbarte der frühere Swarovski Steinsetzer. Ob Laura in diesen Plan bereits eingeweiht ist, ließ Pietro offen. Das Karlsruhe Schloss wurde ab 1715 im Stile des Barocks als Residenz des Markgrafen Karl Wilhelm von Baden-Durlach errichtet. Es diente bis 1918 als Residenzschloss der Markgrafen bzw. Großherzöge von Baden. In puncto Protz und Prunk sicherlich ein adäquater Trauungssort für Pietro und seine Liebste. Ob die Hochzeit tatsächlich im Süden der Republik stattfindet, wird sich noch zeigen. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht, wie der Zweifach-Papa kürzlich im Rahmen einer kleinen Frage-Antwort-Runde auf seinem Kanal verlauten ließ. Wir wollen unbedingt, dass Leano das richtig miterleben kann, so die Begründung des früheren Pizzabäckers. Dennoch hat Pietro schon einen ganz konkreten Plan im Kopf, wie der schönste Tag in seinem Leben ablaufen soll. Demnach werde Laura am Tag X in Begleitung von Leano und ihrem Vater zum Traualtar schreiten. Dort würde er mit Sohnemann Alessio, 8, bereits warten und die Braut freudestrahlend in Empfang nehmen.